Weil die haben jetzt meine Dorfbewohner, meine letzten Reihe in Dorfbewohner umgebracht. Ja, wo ist denn der? Dennis? Ja. Ach, du bist noch da. Ein Wunder. Du verkaufst so irgendetwas, ich höre das. Ah, meine Nahrung hat sich wieder reguliert. Aua, Mann. Ich habe zu viel mal auf die Tasse gedrückt. So. Ach, komm, das pack ich doch noch. Lol, du hast denn den Dings? Ja, was? Hier ist ein Besuch von mir. Nein, Herr Räten. Oh Gott, der hat sich wie ohne. Scheiße, jetzt sieht er alles, was ich machen wollte. Mhm. TRIBECK, bin ich vorbereitet. Genau das, damit wollte ich dich überraschen. Ich bin schon da die ganze Zeit vorbereitet. Überraschung. Ich wollte dich erst mal mit dem TRIB wecken, ähm, äh, deine Onaga, also, wie heißen die, äh, ne, ja, Lagerungs-Onaga vernichten und dann, aber egal. Lol, warum hast du aufgegeben? Der ist tot. Oh. So, hier sehen wir, das ist ein typisches Zeichen. Mhm. Oha, viele Gebäude, viele Häuser. Lol, du hast deine Dings weggebracht? Okay. Ähm, lass dich mal hier stehen. Und Dennis, was machst du jetzt, äh? Bewundern. Warum bewundern? Ne, Viktorsdorf. Na, so hätte deins auch aussehen können. Ja, wenn du vorwaschst. Du hast heute noch sogar das mit dem Wasch schon angesprochen mit Viktor. Ich gar nicht. Ich hab gesagt, du kannst es machen, alles ist erlaubt. Oh, fuck. Ja. Haben die schön wenigstens getroffen, die Onaga, ne, oder? Die haben mich gar nicht angegriffen. Lol, warum das? Die Reichweite, die war doch angemessen. Ich weiß. Viktor, soll ich dir mal einen Tipp geben? Nimm deine Bogenschützen weg. Ich hab ne Errungenschaft bei den meisten verlorenen Gebäuden. Cool. Die meisten Steine hatte ich. Oh, Mann. Ich hab keine Truppen mehr. Was soll ich tun? Hast du wirklich keine Truppen mehr? Ich hab einen Topfesch dazul gesagt. Beide so. Wir machen uns Olangen. Oha, Onaga. Ja, das könnte schlimm ausgehen. Wie greifst du deine eigene Mama, Victor? Was machst du? Ich bin mal kurz weg. Hm, 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 hm. Verdammt. Ach, das, das war irgendwie übelst lahm, das zusammen. Boah! Das hatte ich jetzt nicht gedacht. Überrascht? Ja, jetzt hast du mich überrascht. Scheiße, Alter. Bist du überrascht? Na, ich war mir schon klar, dass du jetzt da reinkommst. Oh, Naga, Treffenbronnel. Oh, fuck. Oh, ich bin wieder da. Na, du hast viel... Was ist das denn? Bogenschützen Scheiße hast du hier. Was ist das denn? Ja. Hör mal, wir machen es mal so hier. Was macht ihr denn? Trink doch. Jimmy, du kannst es zu Ende bringen. Ja, ich habe es auch gerade vor. Aber es steht nicht so aufgeben wie... Es steht nicht aufgeben, würde ich sagen. Okay. Okay. Das ist jetzt nicht weit da. Hey, geil, Google existiert nicht mehr. Bei meinem Skype steht es als unbekan... unbenannter Kontakt. Keine Ahnung. Hm. Oh, yeah? Ja? Es ist so cool, dass Punisher Part 34 abgebrochen ist. Ah ja, das ist scheiße. Eine scheiße, ey. Ich wollte in den Ferien komplett fertig werden. Ich dachte, ihr seid ein bisschen besser beim Together. Ich habe dir noch gesagt, das ist übel. Ne, brauch ich nicht. Ja, noch eine zweite Burg. Ist toll. Ach so. Ja, noch da unten. Ach, ist das ja mal übelst toll. Na ja, muss ich doch mal bauen. Hab ich dich damit überrascht? Ne, aber mich überrascht, dass du hier noch so viele Truppen stehen hast. Ich brauche mehr Truppen. Warum hier? Ah! 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 Überrascht? Ne, ich habe die gesehen. Also, es kommt auch noch kleine Überraschung. Überrascht? Ja, ja, ja. Mach ich hier bei mir rein. Hier. Oh, geil! Scheiße! Hier, vielfältig. Oh nein, der ist in meinem Dorf drinne. Oh mein Gott! Scheiße! Du bist immer noch da? Ich dachte schon, du bist schon tot. Musst du lange meine Rohstoffe noch wachsen, kannst du dich angreifen. Dann greif an. Mein Wald ist die Falle. Okay, gleich kommt der Masterangriff, ey. Ich hoffe, meine Truppen sind bis dahin noch fertig. Okay, der wird jetzt fortausgeführt. So, attack! Nein, ich hatte angegriffen. Ja, 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 so ist das. Das gemeine ist, ihr könntet auch alles bei mir hören, deswegen. Ja, aber die Sprache, die sagt mir halt nichts. Oh, oh, das hat mich jetzt überrascht. Oh Gott, jetzt durch das LP habe ich nur noch 31 GB frei. Oh, da steht ja noch Kärz. Deswegen ist das auch der Monsterplan. Äh, Monsterangriff. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 ja auch gut er geht auch den bach und auch toll ja gut wenigstens ist das mittel interessanter als immer wieder zu stürzen zu sehen wie ich alles bei dir zu zerstören es ist wirklich so was wie er was man schaffen kann wenn man gegenstand leistet oh mein gold wird knapp ja muss was verkaufen ja was was Ich habe nur 905 Gold. Ich 1350 und das sieht nicht gut aus. Ich muss was verkaufen. Ha, so. Verkauft. Mensch, wenn da immer wieder mehr wachsen, dann wird das ja gar nichts. Bei mir oder bei dir? Ja, bei dir. Ich stelle mir mal so rein. Ja, was dann? Die Truppen. Die dürfen nicht wachsen. Die müssen doch wachsen. Nein, die dürfen nicht wachsen. Ach, aber es war auch schon ein bisschen unfair bei Dennis, dass ich am Anfang einen Hafen gebaut habe. Aber man könnte sich auch schon denken, warum ich hinter den gebaut habe. So. So. So, Master Angriff Nummer 2. Ich bin halt Multitasking. Und Burk, komm, die Burk kriegst du noch. Ja, Burk kriegt. Ihr habt eurem Sinn erfüllt. Ah, krass, noch den Typen, meine. Das ist ja auch der Headshot. Wie kann ich gucken, Dennis? Ja. Du bist noch da. Guckst du gerade oder bist du gerade im Internet? Wie kann ich gucken, Dennis? Ja. Du bist noch da. Die Aufnahme ist doch bei mir schlägst aus. Also.